Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute will ich euch mal auf eine kleine Radtour mitnehmen. Ich habe ein bisschen neue mit DJI Air 2S dabei. Aber ich habe mir gedacht, jetzt gleich etwas zu erzählen. Wollte ich jetzt nicht machen, sondern ich habe diese einfach mitgenommen und habe jetzt einfach meinen Akku leer geflogen, oder jetzt einen 1,5 Akku. Und wollte mich erstmal so an die Drohne gewöhnen, da jetzt einen kleinen Film dazu zusammenschneiden und euch dann hinterher noch mal kurz ein bisschen mehr dazugeben. Dann bin ich da gespannt, wie die Drohne hier abgeht, wie sie fliegt, wie sie schnell ist, wie sie Power hat, wie die Fotoqualität ist. Und das werde ich euch ehrlich in das Video einfach mal so reinschneiden und dann in den Kommentar drunter schreiben, was es ist, wenn ihr Bescheid wisst. Okay, seid gespannt, es geht los. Wir drohen jetzt mit einer neuen Drohne. Wir drohen jetzt mit einer neuen Drohne. Wir drohen jetzt mit einer neuen Drohne. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020